Hey und herzlich willkommen zu Part 13 von Let's Play die Sims 4 See the World Challenge. Ich habe ganz kurz vergessen, wie mein eigenes Let's Play heißt, aber hier sind wir mit unserer wunderbaren Crystal, unserem lieben Damon und der wunderbaren Kalia. Wir sind vor zwei Parten, nee, im letzten Part sind wir nach Strangerville ausgewandert sozusagen. Wir haben Sulani hinter uns gelassen und leben jetzt in Strangerville und ihr seid alle genauso aufgeregt wie ich. Ich finde es auch richtig, richtig cool, dass ihr da so Bock drauf habt. Ich habe halt so gedacht, ich muss mal gucken, ob die Zuschauer daran interessiert sind, aber ihr habt da richtig Bock drauf. Vor allem, weil so viele von euch das halt auch noch nie gespielt haben. Deswegen freue ich mich, wenn wir das zusammen erkunden. Einige haben gesagt, dass es vielleicht zeitlich eng werden könnte, weil das Geheimnis sehr groß ist. Ich habe gedacht, das wäre leichtes Gameplay, also dass wir da mal eben durchjetten und deswegen habe ich im letzten Part da erst noch so langsam angefangen. Aber wenn ihr sagt, dass es sehr weitreichend ist, sage ich mal, dann werden wir da jetzt richtig reingrinden. Und ja, das Rätsel von Strangerville hoffentlich lösen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Danke auch für eure Kommentare zum Umstyling von Crystal. Da muss ich natürlich gleich nochmal was zu sagen, weil da hat mein Hirn einfach mal wieder nicht so mitgearbeitet. Ansonsten ist heute Sonntag, deswegen bin ich in absoluter Chill-Manier hier. Ich bin nicht richtig geschminkt. Es ist auch super schönes Wetter draußen und deswegen bin ich auch nur im T-Shirt. Und ich habe gedacht, ich mache, ich hole mal den Sommerlook raus, Leute. Ich läute hiermit den Frühsommer ein, auch wenn der Frühling jetzt erst da ist. Wir machen jetzt den Frühsommer. Okay? Dankeschön. Okay, jetzt fangen wir an zu spielen. Ich freue mich riesig und bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei diesem Geheimnis um Strangerville und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Also, hier vor uns sehen wir unsere wunderbare Crystal und ja, also zum Umstyling von Crystal. Im letzten Part war der Part ja noch nicht online, wo ich das lesen konnte, wie ihr es findet. Ich habe natürlich nicht ganz so gut nachgedacht, als ich es umgestylt habe. Und ihr habt mir dann geschrieben, Nina, du weißt schon, dass sie theoretisch gerade so 11 oder 12 ist. Bist du dir sicher, dass die Outfits die richtigen sind? Und ja, ich bin mir zu 70 Prozent sicher. Also, ich habe mir die Outfits dann nochmal angeguckt und ich stimme euch zu. Also, das eine Outfit, was jetzt ja durch das Strangerville-T-Shirt eh ersetzt wurde, das war ein bisschen too much. Weil sie hatte da ja so ein riesen Dekolleté und das war vielleicht so ein bisschen, wenn man dann bedenkt, dass sie wirklich erst so 12 ist oder sowas, ein bisschen viel. Aber sie hatte jetzt eh das Strangerville-T-Shirt angezogen, deswegen sieht man das nicht mehr. Ansonsten habe ich mir die anderen Outfits halt nochmal angeschaut und die fand ich eigentlich alle noch ganz passend. Also, ich finde, sowohl das Outfit passend, also die heutige Jugend ist halt so, die zieht sich halt so an. Ich will hiermit natürlich auch keine Nacktheit promoten oder so, aber ich habe ja gesagt, dass sie sich eben gerade so ein bisschen selber findet. Ihre einzigen Kontakte sind eben zwei Jugendliche und ihr habt auch geschrieben, man könnte ja sagen, dass sie eben auch Kleidung von Kalia noch bekommen hat. Weil, als die zwei geflüchtet sind, konnten sie ja von zu Hause auch nicht wirklich was mitnehmen und Crystal ist ja jetzt auch gewachsen und braucht natürlich deswegen Kleidung. Kalia war ja voll ausgestattet und deswegen kann man ja dann eben sagen, dass Crystal jetzt die Kleidung von Kalia bekommen hat. Deswegen sind die vielleicht ein bisschen freizügiger, aber ich finde das Outfit auf jeden Fall noch absolut in Ordnung. Wir gucken jetzt nochmal durch, das Outfit finde ich auch richtig süß. Ich meine, die Schuhe sind vielleicht ein bisschen drüber. Da stimme ich euch zu. Vielleicht bleiben wir da bei den flachen Schuhen. Das finde ich süß, das können wir auch so lassen. Das finde ich auch sehr süß. Partykleidung finde ich eigentlich auch angemessen. Wie gesagt, es sind halt die Kleidungsstücke von Kalia, deswegen finde ich passt das eigentlich auch noch ganz gut. Ist halt ein Bikini. Das Krasse ist halt dieses Dekolleté. Das ist halt das, was das alles so ein bisschen erwachsener macht, sage ich mal. Aber wir hören jetzt einfach mal auf, den Körper zu sexualisieren und dann passt das. Und mit dem Outfit bin ich auch sehr, sehr happy und mit dem Outfit eigentlich auch. Und ihr habt geschrieben, was ich auch sehr, sehr cool fand, dass dieses Outfit ein bisschen aussieht wie das von Nancy von Stranger Things. Und ihr habt recht, absolut. Finde ich auch richtig, richtig süß. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch so happy mit den Outfits. Wie gesagt, da stimme ich euch absolut zu. Das war ein bisschen viel. Aber der Rest finde ich schon sehr, sehr passend. Und sie findet sich gerade so halt ein bisschen. Viele haben das jetzt auch, glaube ich, im Nachhinein besser verstehen können, dass sie jetzt gerade halt so ein bisschen in ihrer Selbstfindungsphase ist. Und deswegen ist die Style halt jetzt anders als das, was sie vorher war. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, ich weiß, ich rede gerade schon wieder sehr viel, aber wir starten gleich ins Let's Play rein. Ich muss halt aufpassen, dass sie nicht zu sehr wie Annie ist. Also wir haben in unserem Aura-Let's Play gerade einen Charakter. Sie heißt Annie und sie ist sehr, sehr ähnlich wie Crystal. Und sie ist aber älter als Crystal. Deswegen spielen wir natürlich die Story von ihr zuerst. Und sie ist eben auch so diese, ne, jeder mag sie. Sie ist immer fröhlich und glücklich und ne. Wenn wir mit Crystal so weitermachen, ist sie halt genau das Gleiche, was Annie auch war. Und das möchte ich halt nicht. Deswegen ist sie jetzt ein Geek und hat sich vielleicht vom Style auch so ein ganz klein bisschen geändert. Aber es heißt ja nicht, dass es nicht hinter sich wieder zurückändern wird. Aber nur damit ihr das besser verstehen könnt. Weil ich möchte halt nicht, dass es in jedem Let's Play das Gleiche ist. Und dass ihr hinterher denkt so, hey, irgendwie sind hier alle Charaktere gleich. Deswegen versuche ich da halt so ein bisschen Individualität reinzubringen. Nur um das nochmal zu klären. Jetzt können wir, würde ich sagen, ins Let's Play dann nochmal rein starten. Frau Simphinti hat gut geredet. Obwohl wir ihr vielleicht bei dem Outfit dann eine andere Hose geben, weil hier der Gürtel immer durchkommt. Und das sieht ja nicht ganz so cool aus. Vielleicht geben wir ihr einfach dann so eine Skinny Jeans. Und einige waren auch sehr abgeneigt von der Pre-Teen Mod. Aber ich mag das halt einfach irgendwie. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich finde, so im Gameplay selber merkt man das gar nicht so doll. Deswegen, ja, lassen wir die jetzt einfach erstmal drin. Und schauen dann, in welchem Let's Play sie eben Sinn macht oder nicht. Aber ich finde, hier passt sie jetzt eben sehr, sehr gut rein. Okay, und hier sind wir mit unseren zwei süßen Herzblättern. Kalia und Damon, die gerade absolut kokett sind, weil sie anscheinend rumgeknutscht haben. Kalia wünscht sich auch noch, den Unterricht ausfallen zu lassen. Ach so, weil sie intensives Leben hat. Aber wir haben ja sowieso gesagt, dass wir sie eigentlich... Ja, wir haben sie doch schon von der Schule abgemeldet. Warum wird denn noch angezeigt, dass sie noch zur Mittelschool geht? Weil ich meine, wir hätten sie doch beim letzten Mal aus der Schule abgemeldet. Ja, Highschool-Abbrecherin. Ja, wahrscheinlich ist da dann das mit der Preschool-Mod noch ein bisschen verbuggt. Aber das können wir, ja, dann einfach gucken, wenn es dann soweit ist, dass sie wieder zur Schule gehen soll. Hier ist unsere Crystal, wie gesagt. Und sie ist gerade in so einer Phase, wo sie denkt, niemand soll mich anstarren. Sie möchte jetzt gerade noch ihre Hausaufgaben machen. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das soll sie ruhig machen. Und dann habe ich mir gedacht, dass wir mit Damon... Oh, nee, ich dachte gerade, was blinkt denn jetzt da? Dass wir mit Damon nochmal in die Bar gehen können. Denn er soll ja weiterhin auch an seiner Mixenfähigkeit arbeiten, damit er sich dann den Trank mixen kann, womit er dann kein Vampir mehr werden wird, sein wird. Ich denke, dass wir in Strangerville jetzt noch ihn eben als Vampir sein lassen. Oh mein Gott, ist es heute... Also sprechen ist heute einfach schwer. Und dass wir dann vielleicht in der nächsten Stadt oder so diesen Trank zubereiten. Aber das können wir ja dann nochmal schauen, wie es dann eben thematisch reinpasst. Aber ich denke, hier in Strangerville wird es nicht so ein Riesenproblem sein, eben dass er ein Vampir ist, weil hier eh alle komisch sind. Also hier ist er eben eh alleine in der Klatsche. Deswegen passen wir hier einfach sehr gut rein. Was hast du denn jetzt? Ach so, sie hat eine Lautphase. Dieser Sim will, dass die ganze Welt seine Stimme vernimmt. Er schreit, macht Krach auf Instrumenten und hört Musik, so leid er kann. Das finde ich halt jetzt richtig geil, weil das halt richtig geil in die Storyline passt. Dass sie halt so ein bisschen macht, was sie will. Also dass sie halt so gerade voll in der Pubertät steckt. Vielleicht eben auch ein bisschen früher als andere. Und dass sie sich eben so denkt, ja, ist mir doch egal, was mein großer Bruder sagt. Ich möchte jetzt hier gucken, was mit den Leuten nicht stimmt. Aber Damon, ich glaube, deine Schwester kann ihre Hausaufgaben nicht machen, weil du die ganze Zeit auf ihrem Stuhl sitzt. Okay, ihm geht es aber ansonsten nämlich sehr gut. Deswegen werden wir jetzt nochmal in die Bar gehen. Und ich hatte ja im letzten Part gesagt, ja, wäre voll cool, wenn ihr mir einen Diner baut und so weiter und so fort. Fandet ihr auch alle sehr cool. Allerdings ist das Diner, also die Bar und die Bibliothek, anscheinend ein Teil der Geschichte von Strangerville. Also man muss da halt Sachen erfüllen. Und ihr habt gesagt, ihr wisst nicht, wie sich das verhält, wenn wir die Grundstücke ersetzen. Deswegen, falls da schon mal jemand Erfahrung mit gemacht hat, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Da hat jemand von euch schon mal das Grundstück ersetzt und konnte man die Geschichte dann trotzdem erzählen? Also konnte man das Geheimnis lösen, obwohl es dann halt nicht mehr das ursprüngliche Grundstück wäre. Das würde mich mal interessieren. Also falls das jemand schon mal gemacht hat, in die Kommentare schreiben, weil ich fand das halt super geil mit dem Diner. Und ihr fandet die Idee auch richtig cool. Aber wie gesagt, ist halt schwierig, wenn wir das dann nicht mehr lösen können. Hier sitzen auch überall die Leute vom Militär und die Wissenschaftler und so weiter. Aber das soll ja alles nicht Damon klären, sondern Crystal. Der ist mir jetzt irgendwie auch schon häufig über den Weg gelaufen, der Julian Sommer. Ich weiß, ich spreche jetzt wieder Englisch aus, wo ich nicht Englisch aussprechen soll. Aber wir gehen jetzt einmal an die Bar und werden mal Getränke mixen üben. Mal gucken, ob sie uns lässt. Nein, lässt sie nicht. Dann machen wir wieder kurz einen Prozess und setzen den Sim zurück und gehen dann ganz schnell dahin. So nämlich. Wer ist denn das jetzt? Ach so, heute ist Ritternacht. Interessant. Hallo, Celine Landgrab. Okay, dann üben wir nämlich jetzt fleißig weiter. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Stufe wir waren. Bei vier. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob er die Mixenfähigkeit jetzt noch weiter ausführen muss für diesen Trank. Oder ob das jetzt einfach generell, ob er das generell schon kann. Aber ich fände es halt einfach als Challenge cool, weil wir die Mixenfähigkeit noch nie erforscht haben. Und so haben wir eben auch mal einen Sim, der das eben so nebenbei so ein bisschen erlernt. Und dabei unterhält er sich so ein bisschen mit den komischen Leuten hier aus Strangerville. Hier ist auch noch jemand vom Militär. Und Damon denkt sich halt so, das ist irgendwie komisch. Warum hängen hier so viele Leute rum, die vom Militär sind? Vielleicht können wir mit ihm auch mal über Strangerville reden. Weil alle Informationen, die wir ja natürlich jetzt hier auch zusätzlich bekommen, helfen uns dann ja auch mit Crystal das Rätsel zu lösen. Aber hier scheinen sich wirklich immer die Leute zu versammeln, die beim Militär arbeiten. Also Damon denkt sich wahrscheinlich nicht so viel dabei. Er denkt sich wahrscheinlich auch, ist hier ein Stützpunkt. Ne, ist ja alles normal. Okay, das wird definitiv etwas sein, was Damon Crystal nicht erzählen wird, denn er will seine Schwester erschützen. Allerdings wurde Crystal das, glaube ich, schon von dem Mann an dem Shop erzählt. Und da hat sie sich schon so gedacht, Geheimlabor. Also ich bin sehr gespannt. Uh, sehr gut. Er hat Level 5 erreicht und er kann jetzt ein salziges Lama zubereiten. Es ist wirklich nicht sonderlich lukrativ, hier an der Bar zu arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie bestellt hier niemand was und wir verdienen auch null Geld. Vielleicht widmen wir uns doch lieber einer anderen Sache. Wenn er nämlich an der Bar mixen übt, kriegt er mehr Fähigkeiten, als wenn er daran arbeitet. Und da Damon sich auch wieder komplett unwohl fühlt, weil ihm hier zu viele Sims sind, wird er jetzt dann auch wieder nach Hause zurückkehren. Okay, beide Mädels sind noch wach und super angestrengt. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen, also dass Crystal jetzt auch so ein bisschen so ein Groll entwickelt hat gegen Kalia. Am Anfang fand ich sie richtig toll, aber ich glaube, Crystal ist jetzt gerade einfach wirklich mitten in der Pubertät und findet das super anstrengend, dass die beiden jetzt hier die ganze Zeit rumtodeln und so. Also es ist irgendwie so der Vibe, den ich die ganze Zeit bekomme. Finde ich irgendwie ein bisschen lustig. Sie stehen sich anscheinend schon sehr nah, also Grenzen gibt es bei den beiden nicht mehr. Die hatten ja auch im letzten Part ihr erstes Techtelmächtel, ne? Okay, sie kann aber keinen Schwangerschaftstest machen. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir hatten keinen Unfall. Ja. Sehr gut. Freie Plätze im Haushalt 5? Hä? Warum wurde das runtergestellt? Irgendwas ist hier gerade mit MC Command nicht richtig. Oh mein Gott. Ich will das einfach vergessen, weil über einen Meilenstein nachgedacht hat. Von der Ohnmacht auf dem Bürgersteig bis hin zum Blasenversagen. Niemand möchte sich an die peinlichen Momente im Leben erinnern. Und Crystal Eve bildet da keine Ausnahme. Ausnahme. Süß. Okay, wir können ja sagen, weil ich habe halt voll Bock jetzt an das Rehzimmer ranzugehen. Können wir Damon ja sagen, hey Damon, mir geht es heute nicht gut. Ich würde heute lieber zu Hause bleiben. Kann ich nicht morgen in die Schule gehen? Und Damon sagt dann, ja, naja, wenn du dich wirklich nicht gut fühlst, dann mach das. Ich fühle mich heute tatsächlich auch nicht so gut. Deswegen dachte ich mir, mach ich einfach mal. Ich versuche dieses Nickerchen, was ihr auch immer macht. Also, ja, ruhe dich einfach ein bisschen aus, Crystal. Und du kannst gerne auch die Gegend noch ein bisschen erkunden, wenn du vielleicht ein bisschen frische Luft brauchst. Und sie sagt, ja, genau das ist das, was ich heute brauche. Und Mac and Cheese. Aber Kalia geht zur Schule. Nicht, weil sie ist nicht mehr an der Schule angemeldet. Oh, sie braucht aber Hydration. Oh mein Gott. Können die daran tatsächlich sterben eigentlich? Oh, Crystal, das sieht wirklich lecker aus. Mmh, yummy. So, so, so. Nee, 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 nee. Hier wird heute Schule geschwänzt. Wunderbar. Und jetzt werden wir nämlich, weil Crystal braucht jetzt auch ein bisschen Spaß. Und deswegen braucht sie ein bisschen Abenteuer. Ich weiß, meine Geschichte mit Damon hat nicht so viel Sinn gemacht. Aber wir haben ihnen einfach gesagt, dass wir heute ein Mental Health Day brauchen. Dass wir halt so aufgeregt sind. Und deswegen fühlen wir uns halt nicht so gut. Und deswegen braucht sie halt ein bisschen Zeit für sich. Sie wird jetzt erstmal ganz kurz am Handy ein bisschen surfen. Und wird mal googeln, was es vielleicht mit Strangerville auf sich haben kann. Okay, wir werden Blogs nach neuen Abenteuern durchsuchen. Wir werden halt einfach mal googeln, ob jemand schon mal hier in Strangerville war. Und ja, ob jemand mal beobachtet hat, warum die Leute hier irgendwie anders sind als woanders. Und dann wird sie sich eben denken, hey, vielleicht sollte ich doch mal auf diesem Geheimlabor vorbeischauen. Okay, er ist anscheinend halt auch so ein komischer. Deswegen habe ich ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wir werden nochmal versuchen, mit ihm zu reden. Öffne die Augen für die Schönheit ihrer Blüten. Okay, wir werden jetzt nochmal... Warte mal, können wir die Pflanze aufheben? Foto machen können wir. Okay, das machen wir mal. Ein Foto einer bizarren Pflanze wurde zum Inventar der Sims hinzugefügt. Das nehmen wir auch mal ganz kurz mit, weil dafür kriegen wir Geld. Das ist ja auch immer gut, weil Geld ist einfach eine ganz tolle Sache. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz zu dem... Wie ist er? Felix? Zu Felix hier und werden mit ihm dann nochmal über Strangerville reden. Okay, wir haben ein Türkis bekommen. Sammle 15 Strangerville Beweise, um ein Geheimdossier zu erstellen. Beweise findest du, indem du Bewohner befragst oder im Geheimlabor herumschnüppelst. I love it, okay. Hi, na? Oh, wait. Warum hat sie denn jetzt... Hä? Irgendwie hat Kalia jetzt was über Vampire gelernt. Sehr interessant. Aber die zwei sind immer noch am rumflirten zu Hause. Wir sind uns ja alle immer noch nicht ganz so sicher, ob Kalia das genauso will wie Damon. Weil er ist Hals über Kopf in sie verliebt. Und bei ihr ist das eher so, oh ja, ist wirklich sehr nett. Aber egal, das ist deren Sache, das klären die unter sich. Felix hat uns jetzt gesagt, ich habe gehört, dass es ein Geheimlabor im Krater außerhalb der Stadt geben soll. Und genau das war das, was Crystal hören wollte. Also ich denke mir so, denkt ihr wirklich, dass man zwölfjährigen Mädchen sagen sollte, dass es ein illegales Geheimlabor gibt? Naja, egal. Wir werden nun dort hinreisen. Und ich bin schon wirklich sehr, sehr aufgeregt. Wie gesagt, ich war da noch nie und ich liebe es. Ich finde so Quests richtig, richtig geil. Und bin sehr gespannt, was da passiert. Ich habe mich halt auch nicht gespoilert oder so. Das ist halt wirklich geil. Also wir können da jetzt wirklich komplett blind reingehen und dann, ja, sehen, was passiert. Okay, wir sind das erste Mal beim Geheimlabor. Hier sind auch überall diese Pflanzen. Und das ist also das Geheimlabor. Es leuchtet rot. Wir können es aber untersuchen. Ich drücke mal jetzt hier auf die Tür und dann werden wir das Ganze einmal untersuchen gehen. Also hier sind auf jeden Fall noch keine Leute, was sehr, sehr gut ist. Deswegen denkt sich Crystal da auch nicht viel bei und denkt sich einfach so, oh, okay. So illegal kann das ja nicht sein, wenn hier keine Sicherheitsleute sind, oder? Okay, anscheinend kann man hier nichts Nützliches finden. Fürs Erste. Toll. Diese Tür ist abgeschlossen. Du brauchst eine Schlüsselkarte. Bestimmt kann dir in der Stadt jemand sagen, wo du eine bekommst. Bevor du gehst, schnüffle im Geheimlabor herum, um weitere Informationen zu sammeln. Es wurde ein neuer Notizbucheintrag hinzugefügt. Strangerville. Finde eine Schlüsselkarte, um die Tür des Geheimlabors zu öffnen. Was haben wir hier bei dem Bestreben? Okay, wir müssen noch mit vier Leuten über Strangerville reden. Oh mein Gott. Ich liebe es. Okay, jetzt können wir hier her schnüffeln. Crystal Eve hat Strangerville Beweise gefunden. Paket mit rätselhaften Samen. Okay, können wir das hier auch noch? Ja, können wir auch noch durchsuchen. Können wir den PC durchsuchen? Mindestens Level 3 der Programmierfähigkeit erforderlich. Wie geil ist das denn? Let's go. Also wahrscheinlich brauchen wir es nicht unbedingt, aber das ist halt wieder so eine richtig coole Nebensache. Dass sie sich eben so denkt, hey, es wäre so cool, wenn ich das schaffen würde. Ich muss mir beibringen zu hacken. Und sie ist ja ein Geek, deswegen passt das da halt auch voll gut rein. Und sie hat jetzt noch seltsame Entwürfe gefunden. Und wir haben ein verschlüsseltes USB-Gerät. Ein talentierter Programmierer kann es vielleicht entschlüsseln. Du findest es im Inventar des Sims. Oh, und wir können da ein Beweisfoto noch von machen von der Tür. Das machen wir natürlich auch. Hier haben wir noch mehr Beweise. Okay, wir haben noch ein USB-Gerät gefunden. Und ein verglitschtes Hologramm. Okay, wir haben schon sieben Stück und wir brauchen 15, um ein Geheimdossier zu erstellen. Also, wir sind auf einem guten Weg. Aber ich glaube, wir haben jetzt fürs Erste hier alles erschnüffelt. Und was man... Ah, nee, hier ist noch was. Wir haben noch eine hastig gekritzelte Notiz gefunden. Kann ich denn damit jetzt noch irgendwas machen? Nee. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns einmal nochmal in die Stadt und werden dann dort die Sims befragen, ob sie uns was sagen können zu der Schlüsselkarte, beziehungsweise generell zum Geheimlabor. Aber ich glaube, Crystal denkt sich erst mal so, okay, ja, hier wird schon nichts Wildes sein. Wie gesagt, da sind keine Sicherheitsleute und ich frage einfach mal ein bisschen rum. Ich sage natürlich nicht, dass ich im Labor war, aber naja, vielleicht kann mir die eine oder andere Person mehr dazu sagen. Und ein paar Freunde wären vielleicht auch nicht schlecht. Das habt ihr auch nämlich geschrieben, dass es voll cool wäre, wenn Crystal noch jemanden hätte, der halt auch in der Stadt wohnt, mit dem sie die Sachen halt immer so machen könnte. Vielleicht können wir dann ja noch ein Sim platzieren, der halt sie immer quasi da begleitet. Wir haben jetzt hier eine Wissenschaftlerin und mit Wissenschaftlern haben wir noch nicht geredet. Deswegen werden wir einfach mal zu ihr gehen und werden uns natürlich super freundlich vorstellen. So wie J.D. Loha es uns beigebracht hat. Oh mein Gott, wir stinken bis zum Himmel. Wahrscheinlich wird sie uns erstmal, oh mein Gott, ich habe gesagt, freundlich vorstellen, nicht irre. Man hat mir gesagt, ich soll jeden melden, der mich nach Beweisen fragt. Aber so langsam glaube ich, dass die Öffentlichkeit erfahren sollte, was hier gespielt wird. Okay, wir fragen sie nach Geheimlabor. Ich habe im Labor gearbeitet, aber seit der Explosion, Explosion, ich habe schon zu viel gesagt. Ich darf diese Information nicht mit Fremden teilen. Aber Sophie, ich bin doch keine Fremde. Also wir sind neu hergezogen und ich kenne einfach noch nicht so viele Leute hier und ich wollte einfach Leute kennenlernen. Das hat nichts mit dem Labor zu tun und auch nichts mit Stranger Will. Also, naja, ich hoffe, du siehst es nicht als aufdringlich hier. Ich habe einfach nur viel Langeweile, weißt du? Was sind deine Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit? Ähm, Crystal, weißt du, ich habe schon zu viel gesagt. Ich muss jetzt los. Okay. Dann gehen wir zum nächsten Wissenschaftler. Hendrik, Stabsfeldwebel ab Level 5 der Militärkarriere können eine Schlüsselkarte zur Sperrzone des Labors erhalten. Vordere eine Schlüsselkarte am Computer an, dann wird sie dir zugeschickt. Es soll auch Zivilisten geben, die einen Weg gefunden haben, um die Karte zu bekommen. Das heißt, wenn wir in der Militärkarriere wären, könnten wir das jetzt freischalten. Wie geil ist das bitte, dass wir diese ganzen Sachen noch halt zusätzlich machen können. Also, das ist ja halt alles optional, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir könnten es halt tun. Das ist richtig cool. Ich werde jetzt mal ganz kurz mit ihr ein bisschen die Hände waschen und so weiter, weil sie sich ein bisschen schlecht fühlt. Aber wir müssen jetzt weiter forschen. Okay, hier ist ein Kind. Carmine. Carmine. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in Stranger Will wohnt. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wer hier so lebt. Ob es irgendwelche Teenager gibt, aber es sieht nicht danach aus. Nee, es sind alles schon erwachsene Leute. Also, ja, können wir dann sehr, sehr gerne einen Kumpel oder eine Kumpeline für Crystal platzieren. Okay, und jetzt werden wir uns nämlich mal an den Computer setzen. Oder warte mal, können wir? Ja, wir können mit den Verschwörungstheoretikern bestimmt auch noch reden. Wenn einmal erst über Stranger Will reden und dann werden wir sie nach der Schlüsselkarte fragen. Ich habe einen der Wissenschaftler überzeugt, mir einige Beweise über die verdeckten Operationen hier in Stranger Will zu zeigen. Ich habe gehört, die Wissenschaftler und das Militärpersonal haben Zugriff auf eine Schlüsselkarte. Du solltest sie danach fragen. Hier ist auch noch ein Sim. Äh, es ist unser Bruder. Er darf hier aber nicht sein. Ich weiß nicht, warum er hier ist. Er kennt Crystal ja auch nicht, weil er war ja noch super klein, als die abgehauen sind. Was tun wir? Warum ist er hier? Schulausflug. Die Schule hat einen Ausflug hierher gemacht und da er ja aber Crystal nicht kennt, wird er sie jetzt auch nicht ansprechen oder sowas und sie wird einfach ganz schnell weitergehen und so tun, als wenn sie ihn nicht kennt und es fällt ihr unglaublich schwer, aber sie darf nicht mit ihm reden. Oh mein Gott, okay, jetzt wird es zu viel. Das Storytelling kann ich nicht leisten. Cash, geh weg! Okay, wir müssen noch mit einer Person reden. Dann haben wir das hier schon mal abgeschlossen. Yay! Sehr nice. Und jetzt sind wir bei Privatspionen. 15 Beweise sammeln, Stranger will Geheimdossier zusammenstellen und die versiegelte Tür im Geheimlabor öffnen. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass euch das gefällt, dass wir das so machen. Wir müssen ja jetzt nicht jeden Part uns nur um diese Geschichte kümmern. Wir können uns natürlich dann auch mal wieder um Kalia und Damon kümmern. Aber ich finde das halt voll cool, wenn wir das wirklich abschließen könnten und das Rätsel wirklich um Stranger will lösen könnten. Ich weiß aber nicht, was wir noch machen können, abgesehen halt von den Sachen, die wir schon gemacht haben. Weil die Pflanzen können wir jetzt nicht mehr fotografieren. Ob wir die komischen Leute fotografieren können? Wir gehen einfach mal hier zu Anissa und werden mit ihr über Stranger will reden. Okay, Anissa wollte nicht mit uns reden. Dann versuche ich jetzt mal, sie programmieren zu lassen. Yay! Sie hat die Programmierfähigkeit erworben! Oh nein, sie hat die Schemmfähigkeit erhalten. Das will ich nicht, Christian, auf damit! Okay, wenn wir besser mit den Wissenschaftlern befreundet sind, können wir sie noch nach Beweisen fragen. Wir fühlen uns halt gerade nur super schlecht, weil wir halt so stinken und so weiter. Aber wir müssen noch mehr heute herausfinden. Deswegen werden wir uns jetzt einfach mal bei ihm her einschleimen, bei Christian. Wir sagen, hey, wie lustig, mein Bruder heißt auch Christian. Und dann werden wir ihm mal einen Witz über Vampire erzählen und ihm ein Kompliment über seinen Bart machen. Okay, also die sind alle nicht ganz so offene. Was hat sie denn jetzt da? Oh Gott, sie hatte jetzt noch eine Krankheit. Ähm, es war sehr schön, sie kennenzulernen, ähm, Mr. Meyer. Ähm, ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Abend. Okay. Also, dieser Recherchetag war ausschlaggebend und dann doch irgendwie auch wieder nicht sonderlich aussagekräftig. Also, es gilt jetzt auf jeden Fall, noch mehr Beweise zu sammeln. Und Damon denkt sich so, Crystal, was, wo warst du den ganzen Tag? Ich hab gesagt, okay, es ist in Ordnung, wenn du nicht zur Schule gehst, aber du musst mir doch sagen, wo du bist. Ich hab mir Sorgen gemacht. Und Crystal lenkt natürlich ab und sagt, hey, weißt du, ich hab Christian gesehen. Unseren Bruder Christian. Und es war so schlimm, ihn einfach weitergehen zu lassen, weil er nicht weiß, wer ich bin. Und ich konnte dann erstmal nicht nach Hause kommen. Ich brauchte dann erstmal noch ein bisschen Zeit für mich. Und Damon sagt, ja, okay, das kann ich total verstehen. Crystal, das ist, ja, ich weiß, dass es schwer ist. Und im Herzen haben wir unsere Geschwister immer bei uns. Und du machst das wirklich toll. Und ich, ähm, bin immer für dich da. Du kannst immer mit mir reden, okay? Das war natürlich jetzt, also es war natürlich trotzdem schwer für sie, auf jeden Fall. Aber es war ein Ablenkungsmanöver, damit Damon nicht mitbekommt, was Crystal da hinter ihrem Rücken, äh, hinter seinem Rücken, Entschuldigung, so treibt. Warum singt er jetzt Jingle Bells? Vielleicht um sie aufzumuntern. Weil ihr Vater war ja Bräterchen Frost. Süß. Und Kalia fühlt sich die ganze Zeit schlecht. Also, ähm, sie fühlt sich ja nicht richtig wohl. Ähm, sie ist auch immer noch gestresst davon, dass sie ihre Eltern einfach hinter sich gelassen hat. Und, ähm, ja, wünscht einfach irgendwie, dass alles ein bisschen anders gelaufen ist. Also, sie hat sich das alles einfacher vorgestellt. Und ja, ich glaube, sie zweifelt gerade sehr an dem, wofür sie sich entschieden hat. Sie war jetzt auch unter der Dusche und hat geweint. Also, Damon kann sein Trinkpäckchen trinken. Und unsere Pflanzis sind gewachsen. Sehr gut. Wir werden einmal die Plasmafrüchte ernten. Oh, guckt mal. Beschützerinstinkt. Ah! Süß. Das ist halt so, so süß. Also, ich meine, das ist auch ein bisschen biestig von Crystal, dass sie das jetzt quasi ausgenutzt hat. Dass ihr Bruder halt dann Mitleid mit ihr hat. Aber, naja, er soll halt nicht alles wissen. Wir müssen uns für Damon noch irgendwie ein lukrativeres Hobby suchen als das Mixen. Also, ich habe wirklich gedacht, okay, vielleicht können wir dann damit ein bisschen Geld verdienen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Also, wir müssen uns noch was ausdenken, womit wir regelmäßig an Geld kommen. Ich meine, wir könnten ihn halt Musik spielen lassen. Das wäre halt etwas, wo wir jetzt keine Papiere für brauchen oder so, um Geld zu verdienen. Weil theoretisch, wenn er jetzt in so einer Bar arbeiten würde, dann müsste er ja auch nachweisen, wer er ist und so weiter. Aber wenn er sich einfach mit seiner Gitarre oder so auf die Straße stellt und da irgendwie ein bisschen Geld verdient, muss er ja niemandem sagen, wer er ist. Natürlich zieht er so auch nicht gerade wenig Aufmerksamkeit auf sich. Das ist halt einfach immer so ein bisschen schwierig. Und zudem kommt ja noch, dass er sich nicht einfach am Tag dahin stellen kann. Ich meine, wenn Crystal programmieren kann, kann sie halt immer so Plugins und sowas machen, womit wir auch Geld verdienen. Ich meine, wir könnten halt darüber nachdenken, ob er seine Bücher nicht doch veröffentlicht oder halt andere Bücher schreibt. Jetzt nicht die über die Geschichte, sondern halt noch zusätzliche Bücher, die wir dann vielleicht veröffentlichen können. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch immer super, super gerne eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Also, wo ihr denkt, okay, das würde zu Damon passen. Und damit können wir noch ein bisschen Geld verdienen. Ich fände halt Fotografie eigentlich auch noch ganz geil für ihn. Ich glaube, mit der Fotografie könnten wir es vielleicht versuchen, dass er halt mit seinen Fotos dann irgendwie Geld verdient, dass er die dann irgendwie an irgendwelche Magazine verkauft oder was weiß ich. Und die immer anonym dahin sendet und die schicken das dann auf Paypal oder so. Was haltet ihr davon? Weil die Fotografiefähigkeit haben wir halt auch noch nie so wirklich erforscht. Louis sollte ja einen Fotograf, also er ist ja Fotograf, aber das haben wir ja immer nur so nebenbei gemacht. Dann könnten wir ihm halt auch diese Kamera kaufen und so weiter. Ich glaube, jetzt ist das noch zu teuer. Ich glaube, jetzt können wir uns die noch nicht leisten. Warte, ich gucke mal kurz. Aber wir können ja mit dem Handy fotografieren. Wir können uns die Digitalkamera holen. Aber ich glaube, wir sparen dann lieber ein bisschen und holen uns dann hinterher eine richtige Kamera. Aber dann versuchen wir das doch einfach mal. Wir machen mal ein Foto von Kalia. Oh, ähm, ja, sie sieht sehr glücklich aus. Das beschreibt sehr gut ihre aktuelle Lage. Also sie ist ja super angespannt und auch nicht sonderlich glücklich darüber, dass sie hier ist. Aber wir sagen ihr mal, kannst du deine Pose vielleicht nochmal ändern? Okay, ob das jetzt so viel besser ist, wissen wir auch nicht. Gib mir noch was. Oh mein Gott. Kannst du vielleicht mal lächeln? Ähm, reicht das? Oh mein Gott. Also ein richtiges Lächeln ist das nicht. Naja, Damon, das ist alles, was ich dir gerade geben kann. Und dann guckt sie so. Okay. Das sind unsere ersten Fotos, die wir jetzt gemacht haben. Wenn wir diese fünf Fotos verkaufen, kriegen wir 19 Simoleons. Ist nicht schlecht, oder? Ah, okay, ich hab Kalia jetzt nicht mehr zum Preteen gemacht. Sie ist jetzt ein richtiger Teenager, deswegen muss sie dann auch nicht mehr zur Mittelschool gehen. Super Sache. Wir können ja mal zu Damon gehen und ihm sagen, wie unwohl wir uns fühlen über Probleme beschweren. Weißt du, Damon, ich mach mir einfach Sorgen um meine Eltern. Ich will gar nicht wissen, welche Hebel sie gerade in Bewegung setzen, um mich zu finden. Und welchen Groll sie gegen dich hegen. Das ist einfach alles, naja, nichts, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, bevor ich gesagt habe, dass ich mit ihr mitgehe. Und ich, naja, ich vermisse die Wärme von Sulani. Ich mein, klar, hier in der Wüste ist es auch warm, aber es ist einfach eine andere Wärme. Ich vermisse die Truppenhitze und, naja, das Wasser. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin eine Meerjungfrau und hier gibt's keine Seen oder irgendwas. Ich bin einfach überfordert, weißt du. Aber ich bin froh, dass du hier bei mir bist und ich bin froh, dich zu haben, Damon. Okay, und das gefällt ihm natürlich jetzt auch nicht, dass sie so viel an ihrem Handy ist. Sie versucht halt jetzt irgendwie rauszufinden, ob ihre Eltern schon irgendwas gemacht haben, ob sie schon irgendwelche Hebel in Bewegung gesetzt haben und so weiter. Ich glaube, dass Essen ist heute kostenlos in der Stadt. Ich weiß, es ist jetzt schon super, super spät, aber wir könnten ja dann mal alle damit überraschen, dass wir jetzt vielleicht noch zur Bar gehen. Ich mein, wir können ja, ich hab ja auch gesagt, fällt mir gerade ein, dass wir die Bar und die Bibliothek bestehen lassen müssen für die Geschichte. Allerdings gibt es ja hier noch andere Grundstücke. Und ich glaube, die Leute haben jetzt nicht unbedingt was mit der Geschichte zu tun. Das heißt, theoretisch könnten wir ja auch einfach das Diner oder so auf dem anderen Grundstück platzieren. Also ich hatte ja gesagt, okay, das soll auf dem Grundstück sein, aber wir können es ja dann auch einfach da platzieren. Oder? Was sagt ihr dazu? Weil das sind ja einfach eh random generierte Townies. Ich glaube, so machen wir das. Ich glaube, das finde ich cool. Jetzt gehen wir aber, wie gesagt, erstmal nochmal in die Bar, weil da können wir dann was essen. Nehmen beide natürlich mit und schauen mal, ob wir die Stimmung ein bisschen verbessern können. Es ist ja auch Freitagabend, also ist ja morgen Wochenende. Und wir versuchen einfach jetzt die allgemeine Stimmung ein bisschen hochzuheben, weil eben, also Damon denkt ja, dass Christa wegen Christian so ein bisschen niedergeschlagen ist. Und es ist Ladies' Night. Damon, I'm sorry about that. Aber Kalia ist eben jetzt auch nicht so sonderlich gut gelaunt. Deswegen denkt er sich so, hey, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir vielleicht in die Bar gehen. Das ist natürlich jetzt wieder unpraktisch. Okay, das Spiel ist also, ja, manchmal tut es Dinge, die es nicht tun soll. Also J.D. Loha steht da leider gerade. Aber sie ist natürlich nicht da. Ne? Wissen wir ja alle. Okay, Leute, es gibt kostenlose Speisen. Ich werde mir nur was zu trinken bestellen. Aber bestellt euch alles, was ihr möchtet. Obwohl, warte mal, er kann ja für die Gruppe auch Essen bestellen, oder? Dann bestellen wir mal für die Gruppe eine Orangene mit Pfiff. Und dann fühlen die sich auch alle ein bisschen besser. Ich meine, Crystal ist immer noch angespannt. Vielleicht kann sie ja hier mal ein bisschen tanzen. Oh Mann, dieses Spiel. Was will sie hier? Oh mein Gott. Ich meine, irgendwie ist es halt auch ein bisschen süß, dass sie halt jetzt so nach all der Zeit sie hier einmal aufsucht. Also vielleicht könnten wir es auch zulassen. Vielleicht könnten wir es tatsächlich zulassen, dass sie hier ist. Dass sie gerade ihr ganzes Leben riskiert, um ihre Kinder zu sehen. Ich glaube, das machen wir. Crystal dreht sich um und denkt sich so, also denkt sich nichts Böses. Clea kennt sie ja nicht. Und J.D. guckt über ihre Schulter und zwinkert Crystal zu. Und wir dürfen ja nicht hier eine Riesenszene machen, weil sonst ziehen wir so viel Aufmerksamkeit auf uns. Aber wir werden einfach zu ihr gehen und... Oder wartet. Wir sehen sie und werden sie zu unserer Gruppe hinzufügen. Und werden dann hier hinter die Bar gehen. Oh mein Gott. Zusammen hier hinradeln. Ich lieb's. Und da können wir dann ausrasten. Oh mein Gott, Mom. Was machst du denn hier? Ich wollte euch einfach sehen, wisst ihr. Ich hab's kaum ausgehalten, nicht zu wissen, wo ihr als nächstes hingegangen seid. Ich wusste, ihr seid sicher in Sulani angekommen. Aber dann wusste ich nicht, wo euer Weg euch hinführt. Und ich musste einfach sehen, wie es euch geht. Crystal, du bist schon so groß geworden. Und... Oh mein Gott. J.D. und Crystal haben eine fürsorgliche Familiendynamik. Ich kippe die Augen. Ja, das ist in Ordnung. Ich musste einfach gucken, ob alles gut ist. Ob ihr eine gute Unterkunft gefunden habt. Und naja, ob ihr hier in Gefahr seid. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein. Wenn ich meinen Stranger will. Das war einfach clever von euch, hierher zu gehen. Hier ist eh alles abnormal. Und... Oh mein Gott. Ich bin so froh, dass es auch Damon gut geht. Ich bin mir nicht sicher, was dieses Mädchen hier soll. Aber... Damon wird schon das Richtige tun. Und wir werden von Vampiren schwärmen und sagen... Also schwärmen über Damon. Er wird dann natürlich auch nochmal hier rauskommen. Er hatte ja jetzt nie so die beste Beziehung zu seiner Mom. Also auch keine schlechte. Aber es war ja... Also er ist ja der Sohn des konkurrierenden Vampirs gewesen. Also von Caleb. Deswegen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, dass sie jetzt mit Vlad verheiratet ist und so weiter. Aber wir werden natürlich trotzdem zu ihr einmal gehen und sie umarmen. Und ich finde das einfach... Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Hey Mom, es ist schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du passt gut auf deine Schwester auf. Sie sagte mir, dass es euch gut geht und dass ihr hier sicher seid. Aber naja, ich bin mir nicht sicher, was mit diesem Mädchen ist. Weißt du, Mom, das ist Kalea. Und sie erträgt auch ein Geheimnis in sich. Sie ist eine Meerjungfrau. Und sie ist gut für mich. Ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Und das Einzige, was mich stört, ist dieses doofe Vampir-Dasein. Du weißt, ich habe schon immer ein Problem damit gehabt. Aber ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ich es ablegen kann. Ich denke, dass Vlad kein großer Fan von meiner Idee sein wird. Aber ich möchte einfach kein Vampir mehr sein, Mom. Es funktioniert langsam alles. Wir haben jetzt einen Plasma-Fruchtbaum. Aber es ist trotzdem schwierig für mich, immer wieder diese Gedanken zu haben. Und sie bricht natürlich jetzt in Tränen aus, weil sie so froh ist, ihre Kinder zu sehen. Aber sie jetzt wieder los muss nach diesem kurzen... Oh mein Gott, sie ist ja auch im Vampir. Das habe ich völlig vergessen. Oh mein Gott. Nach dieser kurzen Begegnung müssen wir dann wieder Lebewohl sagen. Und müssen sie aus der Runde entfernen. Mach's gut, Mom. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Und sie muss jetzt zu ihrem Flugzeug. Zu ihrem Privatjet natürlich, weil es ist J.D. Loher. Und sie verschwindet in der Nacht. Wait, können wir ihr wartet kurz, bevor sie geht? Weil sie muss natürlich inkognito sein. Hat sie noch ihr A-Outfit? Hat sie nicht mehr? Habe ich das gelöscht? Oh no, sie hat ihr A-Outfit nicht mehr. Wisst ihr noch das Outfit, wo sie immer die Kapuze anhatte und so weiter? Naja, egal. Sie ist ja jetzt eh schon fast weg. Und Kalia wird jetzt natürlich fragen, was mit dieser Frau war. Und Crystal entscheidet, dass es vielleicht besser ist, ihr nichts zu sagen, dass sie unsere Mom war. Aber wir sagen ihr, hey, warum meckerst du eigentlich die ganze Zeit nur? Sei doch froh, dass, naja, mein Bruder dich mitgenommen hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du magst sie nicht so sehr, wie er dich. Oder ist das nur mein Gefühl? Und sie sagt natürlich, ähm, Crystal, was hast du auf einmal? Warum sagst du, dass ich nichts für deinen Bruder empfinde? Also, sei mal lieber ganz ruhig. Also, du bist ein bisschen pubertär jetzt, oder? Ja, okay. Und dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Ich weiß, jetzt haben wir nichts gegessen. Aber ich meine, da hat ja keiner mit rechnen können, dass auf einmal JD Loha da steht. Und wir unsere Mom treffen. Deswegen haben wir jetzt halt jemanden mit leerem Magen ins Bett. Aber ich fand es richtig süß, dass wir sie getroffen haben. Das war ein sehr schöner Wendepunkt. Und, wie gesagt, ich finde das auch eigentlich sehr passend, dass sie jetzt eben ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat. Einfach, um ihre Kinder einmal kurz sehen zu können und sicher zu gehen, dass es ihnen gut geht, weil sie eben nichts mehr gehört hat. Und von Joanne ja auch nichts mehr gehört hat, weil, also die Nachbarin, ähm, weil wir Hals über Kopf abgehauen sind. Und sie ja nur halt in der Nachbarschaft mitbekommen hat, dass Kalia eben auch weg ist. Und das war das Einzige, was sie JD sagen konnten. Aber mehr konnte sie eben nicht erfahren. Und deswegen, ja, musste sie jetzt in jeder Stadt suchen und gucken, wo ihre Kinder sind. Und dann hat sie eben leises Geflüster gehört, dass es drei Neuankömmlinge in StrangerVille gibt. Und somit hat sie ihre Kinder dann einmal kurz sehen können. Ich hoffe, dass euch das StrangerVille-Gameplay auch Spaß macht und ihr euch das gerne anschaut. Ansonsten können wir das auch so ein bisschen abgespeckter machen, dass ich das so ein bisschen im Hintergrund mache. Und euch immer nur sage, wenn was Großes passiert, also dass ich so die Beweise und so halt so für mich sammle. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Ansonsten natürlich auch zu der Beziehung zwischen Damon und Kalia. Kann natürlich auch sein, dass ich da gerade wieder zu viel reininterpretiere. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es für Kalia gerade noch sehr, sehr viel ist. Es kann natürlich sein, dass sie sich daran gewöhnt. Man muss ja auch wirklich bedenken, sie hat gerade ihre komplette Familie, ihr komplettes Leben hinter sich gelassen. Natürlich fühlt sie sich jetzt erstmal die ganze Zeit unwohl und ist gestresst. Andererseits könnte man halt wirklich denken, sodass sie vielleicht denkt, dass es ein bisschen überstürzt war. Und es vielleicht bereut. Aber das könnt ihr mir jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und ansonsten wünsche ich euch dann jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Mwah. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.